Erschaffe deinen Heilraum. Darum wird es gehen in dem Seminar am 2. Juni-Wochenende 2023 und zwar hier in diesem Raum unserer Praxis. Wir werden an diesem Wochenende von Freitagabend bis Sonntagabend eine tiefe transformative Reise gemeinsam unternehmen. Wir werden uns mit unseren höchsten Herzenskräften verbinden, um dann uns von der Zukunft anziehen zu lassen, uns von der eigenen Zukunft inspirieren zu lassen und in einem weiteren Schritt werden wir die Knoten, die uns halten, die uns binden, die Traumatisierungen erkennen und beginnen aufzulösen. Ich lade dich herzlich hierzu ein zu diesem Wochenende im Juni hier in Bordesholm. Dein Markus Peters, dein Herzerklärer.